Moin Moin mein Lieben hier ist der gute Sachsi und herzlich Willkommen wieder bei unser guter Familienen Ark Survival Game und ich spiele natürlich mit den guten Yuki Lina ja meine liebe Frau liebe Frau Yuki Lina so sieht's aus ja leider muss ich muss ich irgendwie ertragen ja du musst mich ertragen das stimmt allerdings du hast mir das ja wort gegeben also du wusstest worauf du dich einlässt deswegen mecker nicht sondern mach was ich dir sag so hahaha ich bin der Mann im Haus ja auf dem Papier vielleicht aber nein wirklich da lehnt sich aber einer sehr weit raus da möchte einer jemand sein na gut ich lass dir das du bist der Mann im Haus tja tollt er nachher noch heute Abend wimmert er wieder nein so da mache ich meine Drogen weiter ich mache mir ein Crystal Meth Labor glaube ich oh ich gehe jetzt zurück lieber irgendwie habe ich keinen Bock mehr die Dinger zu machen ich will jetzt töten willst du mich töten noch nicht kannst du lieben ich werde dir nicht den kopf abbeißen noch nicht so terrasse gibt kein problemchen ich muss jagen gehen du bist natürlich wieder viel zu stark oder level 16 ja der wird mich killen ich brauche fleisch ich habe immer noch keinen bogen wir wollen wir doch ein bogen machen ab level 20 war das ne ich bin doch noch kein level 20 was bin ich denn 17 so muss ich haben was habe ich noch hergestellt also dass ich fischen dann geht fischen und ich will ein fisch haben von dir ja ich gehe fischen so dann gehe ich jetzt fischen ja wo sind hier fische hier sind keine fische mit da ist so ein queachy wieder ich habe ein queachy gefunden hey queachy zwei queachys was wir quitschig diese komischen was soll das sein wie heißen die trilobite wenn man drauf schaut man quitsch 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 naja unterschied wird der scheiße aber kann man nichts anderes machen drei rohes fräulein chitin der haut ab bleibt hier hier geblieben achte wie habe ich noch 200 das ist noch nicht gar so fasan ich brauche fasan so jetzt muss ich mir das muss ich hier machen wir auch holz 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 das ist nicht schlecht holz käfig nein das sind fische okay das brauche ich ein genau kommento glück wirklich großer sogar zwei hier alter die türken nicht schatzi kannst du kurz kommen gerade wenn ich die gekillt habe ja oder die mich gekillt haben kommt doch her ihr wenigstens eintöten hier hundertprozentig oh ja ich komme zu dir ich habe mir was gebrochen was wo bist du überhaupt ich werde gleich sterben bring mir was zu essen ich weiß nicht wo du bist links vom haus runtergelaufen rechts da sind zwei da wo normalerweise ist strahl oder was nee wenn du vor dem wasser stehst links nicht rechts also so ich komme schätze ich sammle schon ein paar bären irgendwie jetzt diesen mit dem mit der lebensanzeige nicht so hast du essen dabei nein nicht doch 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 äh einer mir geht's wieder besser dankeschön bt nimm das fleisch mit war da war dann immer das fleisch mit annehmen das fleisch brauche ich vielleicht noch mehr nicht mitnehmen bt nimmst du sperr noch naja ich hab noch sperre ok so halbes leben scheiß piranhas wo sind die drecksviecher äh kommst du kurz nach hause achso ja ok was gibt's es wird schon wieder dunkel dann haben wir ein paar steine auf dem rückweg ok ok oh cool ja das ist geil es ist wirklich geil nur hier doch doch das wird was weil äh schatzi ich habe ein problem hm die borden welche hier ist hier kann ich nicht bauen weil das ist zu tief gell da muss ich decke ja da ist ok mhm ja das ist ok das sieht gut aus das sieht gut aus du darfst heute wieder drinnen schlafen wenn es fertig ist aber nur wenn du es heute noch fertig machst hm mal sehen ja bitte fertig stellen sehr gut sehr schön 7 machen wir so ok ich habe steine ich muss die steine loswerden äh stein bordensteine nehm ich mit o 1 1 2 3 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 10 11 15 16 16 20 Schade, dass es jetzt wieder dunkel wird Leider, okay Ich seh nix Da ist Piranha oder... Nö, what? What? Da ist er Da sind sie beiden wieder Ups 61 61 Schaden oder so Ach ne, Level 61 Jetzt kommen die nicht Amenno, warum läuft das denn nicht so viel schwer? Was? Bestimmt nicht Ich brauch Licht Ich muss was anderes erstmal jagen Im Dunkeln geht's schlecht Hallo Dich find ich gut Hä? Bist du mir paschen? Naja Es ist so dunkel Ich hab langsam Angst Wo sind denn die ganzen Dilos und 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 Wie heißen sie jetzt? Die anderen Viecher hier Die Enten, die immer rumrennen Ich hab keine Ahnung Vor allem Oh, jetzt ist da wieder arsch dunkel Hm, sollte ich jetzt im Dunkeln wieder lieber Bären sammeln? Ich mag aber nicht Ich mag jetzt keine Bären sammeln Verpackt wäre fest Level 88 Oder habe ich schlechte Chancen? Oh ja Verlaufe ich mich gerade? Ah ne, da unten ist der Strand Okay Ich will, ich wollte jetzt gerade sagen Hier sind relativ wenig Viecher Aber wahrscheinlich werde ich gleich angegriffen So sehe ich besser Ah, so ist besser Ey, wo sind die alle? Wie soll ich nicht mal zu fressen finden? Hier ist nix Oh What? Wo sind die ganzen Ratoren und so? Wahrscheinlich in der anderen Ecke Bestimmt in der anderen Ecke Ich brauche mehr Leder Ich möchte mir ein Floß bauen Dann bau dir ein Floß Bau dir ein Floß Ich baue mir ein Floß Oh, hier geht's Oh, hab ich mich erschrocken Wieso? Ja, hier ist ein riesen Abgrund Und genau in dem Moment geht meine Fackel aus Oh Und ich kann keine neue bauen Holz, Feuerstein, Stein Ich bin ja wieder total geplant hier Ich bin ja wieder total geplant hier So fließt hier kein Wasser Das verstehe ich nicht Okay Lieber Dodo, ich brauche dein Fleisch Ich brauche viel mehr Fleisch Hä? Um irgendwas zu tarmen Viel, viel mehr Das ist ja Das ist ja Das ist ja irgendwie Ich weiß nicht So Warte mal Fackel Fackel Oh, ich hab Hunger Es müssten noch Beeren im Schrank sein Ja So Aber vielleicht kann ich ja Auch bei Nachtjagen am Wasserrand Wenn ich mir da ein paar Fackeln hinstelle Vielleicht geht das ja auch Kann ich die ins Wasser stellen Und dann habe ich ein bisschen mehr Licht Ich probiere das mal Ja, ich weiß nicht, was du hast vor Schatze Ja Eigentlich will ich ja irgendwas niederschlagen Und tarmen Ich hab 20 Fleisch Das müsste doch funktionieren Ich will wenigstens ein Dilo tarmen Ich verstehe nicht Wieso? Was verstehst du nicht? Ich kann hier nicht die Äh Gelände machen In einer Stelle Naja Dann muss ich so machen Ich suche etwas Das ich unterdrücken kann Äh Ich hab ja schon dich Aber jetzt will ich was anderes Auch unterdrücken Dann muss ich so machen Schatze Tut mir leid Mach das weg Das sieht nicht gut aus Dann Ja Ne lass So passt So ist gut Das reicht Weil hier theoretisch So kann ich auch machen Warte, 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 warte Ich hab eine Idee Ja Ich hoffe das wird okay Das wird keine Verschwendung Hoffe ich Nein Das geht nicht Das ist so ein Tor Okay Dann machen wir so Acht Das ist so ein Tor Äh Versand Stop Brauche ich Nicht dein Arsch Dein Arsch Werdes ich später haben Vielleicht Nicht Vielleicht Das werde so Sind hier irgendwo noch Welche Steine Dingenssteine Die Steine Stroh Und Fasern Mann Wo ist denn der Scheiß Ist nicht Da sind sie Da sind sie Da hab ich ein paar Befunden So Stroh Okay ich brauche Stroh Wie viel Stroh brauche ich Sechs Stroh Okay Nein Stroh Nicht Fasern So Kann ich hier noch bauen Schöne Holzwand Nein Mir fehlt schon wieder was Es fehlt mir wieder Holz Oh mein Gott So Wie viel hab ich jetzt Äh Drei Äh Vier Immer erstmal vier Scheinst echt deinen Arm zu lieben So Haben wir das da Haben wir das da Mal das da Halt Ich Wie weit kann man die denn ins Wasser stellen Okay Sind sie unter Wasser Da werden sie wohl nicht brennen Ob die unter Wasser brennen Ob da ein Bug ist Ehe gar nichts Ist ungünstig Jetzt im Dunkeln Das zu machen Holzgebeknall Das wird bestimmt nicht brennen Ja egal Warte mal Wenn das unter Wasser brennt Dann lache ich mich tot Nie im Leben So Nö Das kann auch nicht unter Wasser brennen Ich hab gedacht Das wäre schön Schön verbuggt Oder so Ist es nicht Ich sehe nichts Es ist dunkel Denkst du ich sehe was Scheiße Und abreißen Hä Ist sie jetzt im Wasser Oder aus dem Wasser Okay Wie viel Licht bringt das hier War nichts oder Was soll ich Auf jetzt ein Schnatzi Alter Ich glaube ich friere ein bisschen Ich muss mir was anderes anziehen Ich komme mal hoch So Ich glaube Schatz Ich friere mehr als du Wo ist denn die Lederkluft hin Hast du die wieder Was Nein Das Oberteil Leder Oberteil Wo ist denn das Äh Deine letzte Schrank hab ich gelassen Doch Ach da ist er Es ist ein bisschen frisch geworden Okay so sieht das also aus Interessant Und ich bin noch nicht fertig Scheiße Geh Wieder unter Wasser Nein Sag nicht Das ist wieder unter Wasser Das sieht man hier so komisch Nicht so richtig Äh Scheiße So Ja Ja das ist unter Wasser Ich mach das bei Tag Das ist blöd so Ich seh überhaupt nix Egal Egal Oder doch nicht Mann ich kann mich einfach nicht entscheiden Soll ich es machen soll ich es nicht machen Oh scheiße Habe ich falsch gemacht Was So jetzt ist es richtig Unter Wasser Nicht unter Wasser Unter Wasser Unter Wasser Oh Der macht schon piep piep Ich bin wieder halb am verhungern Und wie ist es Schatzi Jo ich brauch hier so ein paar Fackeln und so So Oh ich brauch Essen Feueranlegestelle Ich brauch auch Essen Ey Mittagessen Fasan Fasan Wo ist Fasan Das ist Fasan So Ja Noch mehr Essen Ich muss noch mehr Essen Zwei Futter 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 So Schon wieder was verdorben hierbei Jo Jetzt sind schon zwei verdorben Ach man Fünf Leder nur gesammelt Das ist doch Ist doch zum Mäuse melken hier Willst du Leder Leder sammeln Du musst du mit Axt machen Schatzi Mit Axt Und was willst du Fleisch mehr Mit Spitzhacke Musst du machen Spitzhacke Fleisch Okay Achse Leder mehr Bekommst du Leider eh so Stein Kein Fisch So Ich will kein Dodo Tarn Oder einfach nur mal Um zu testen Komm her Moment mal Nein ich will den nicht Boing So der Tag ist angebrochen Und die Folge endet hier Wir sehen uns Ja Leute Bei Sonnenaufgang Bis dann Tschüssi Tschüssi